Hey du! Was? Ich? Ja, dich meine ich! Was hast du eigentlich heute den ganzen Tag vor? Naja, ich wollte den ganzen Tag drinnen verbringen, weil draußen schönes Wetter ist und ich soziale Kontakte meiden möchte. Das klingt scheiße! Ich hab da was für dich! Was? Du hast da was für mich? Hättest du nicht auch gerne Nintendo Switch und ne Menge Spaß in nem geilen Livestream? Ja, ich hätte gerne einen Nintendo Switch und ne Menge Spaß in einem Livestream. Dann gib jetzt in deine Browser-Suchleiste www.twitch.tv slash Revenzeit ein! Okay, wenn du das sagst? Dann mach dich sofort auf! Wohin soll ich gehen? Wenn du die geilen Gewinne haben willst, dann geh jetzt auf www.twitch.tv slash Revenzeit, du Idiot! Wow, danke Revenzeit! Damit hätte ich niemals gerechnet! Das ist ja toll! Und wann geht's los? Na jetzt sofort, du Volltrottel! Beeil dich! Los, komm! Was? Jetzt gleich schon? Oh mein Gott! Ich komme! Ich komme, Revi! Ja, das war dann jetzt wohl die most cringiest Livestream-Ankündigung ever. Ähm, Leute, ich streame heute wieder um 12 Uhr. Ich dachte mir, es wäre nochmal Zeit für einen kleinen 12-Stunden-Stream, da ich ja in letzter Zeit nicht mehr so oft gestreamt habe. Dachte ich mir, wäre heute perfektes Wetter dafür. Ich meine, mein Büro sind 60 Grad. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich keiner diesen Livestream sehen wird. Aber, meine Freunde, es gibt ein paar gute Argumente trotzdem einzuschalten. Und zwar hat sich der Gewinner, beziehungsweise die Gewinnerin von der Switch immer noch nicht gemeldet. Und ganz viele Leute, die auf Twitch auch die Tastaturen und sowas gewonnen haben in den letzten Streams, haben sich einfach mal partout nicht gemeldet. Dementsprechend, meine Freunde, habe ich keinen Bock mehr zu erwarten und verlose die Sachen jetzt nochmal. Sprich, es gibt heute nochmal einmal komplett Mario Kart 8 zu gewinnen. Dann gibt es auch noch eine Nintendo Switch und ein paar Tastaturen für Rocket und all this shit. Also, es gibt auf jeden Fall nochmal eine Menge an Gewinnen. Ich habe keine Gutschein-Codes, aber meine Freunde, Produkte im Wert von, keine Ahnung, 1000 Euro hier rumfliegen. Also, sprich, Tastaturen, Headsets. Ich glaube, eine Maus ist auch noch dabei. Die Nintendo Switch, Mario Kart 8 mit zwei Lenkrädern und sowas wie die Nintendo Switch. Also, ich glaube, alles ziemlich geil. Und los geht's jetzt, quasi direkt um 12 Uhr. Also, schaut auf jeden Fall jetzt vorbei, meine Freunde. Es lohnt sich, wir werden eine Menge Spaß haben. Und ja, wir werden verschiedene Games spielen. GTAs sind wieder am Start, eventuell Player, anderen Battlegrounds. Minecraft auf jeden Fall, Counter-Strike. Keine Ahnung, worauf ihr auch immer Bock habt. Sorry für diesen, ganz spontan zu streamen. Ich dachte mir einfach, es wäre nochmal Zeit, eine spontane Aktion zu fahren, um zu gucken, welche meiner Fans wirklich treue Seelen sind und auf wen ich zählen kann. Ja, und die Leute, die jetzt halt nicht zugucken, die können sich halt einfach verpissen. Ganz einfach. Leute! Was geht jetzt los? Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Macht's gut, haut da rein! Ja. Ja. Ja.